Heute zeige ich euch mal die schönste Schnecke, die ich habe. Seid ihr bereit? Das ist sie. Das ist die schönste Hartschnecke, die ich habe. Das hier hat sie keiner gekauft. Das ist die einzigste Schnecke, die ich noch nicht einmal verkauft habe. Ich weiß nicht warum. Es kann natürlich daran liegen, dass sie lebend gebärend ist. Sie legt keine Eier, sondern da kommen direkt Babys aus ihr raus. Und dann muss man die natürlich die Babys frosten. Kann ich mir vorstellen, dass das einige nicht so toll finden. Aber mein Gott, schaut sie euch an. Und das ist wirklich eine Art, die nicht jeder hat. Kenne niemanden, der die Art hat. Außer ich.